Ja, also dieses Auto ist wirklich klasse. Ich sitze wunderbar komfortabel in einer erhöhten Sitzposition, habe große Scheiben, kann wunderbar nach draußen schauen und auch die gesamte Armatur und Instrumentierung ist ganz modern gestaltet, übersichtlich und funktionell. Die meisten Fahrzeuge sind ja komplett ausgestattet mit Navigationssystem, mit Assistenzsystemen, die vom Werk her serienmäßig verbaut sind oder alternativ bei Neubestellung auch geordert werden können. Wir sprechen da über Attention Assist, wir sprechen über Distronic Plus, wir sprechen über den Bremsassistenten, Spurhalteassistenten, auch den Todwinkelassistenten. Meistens sind in unseren schönen Jungstern, Junggebrauchtwagen, Jahreswagen auch diese Assistenzsysteme verbaut und geben natürlich ein Maximum an Fahrsicherheit. Die B-Klasse ist ja eigentlich unser erfolgreichstes Fahrzeug. Meist verkauft der Mercedes, neu und gebraucht seit 2005. Ist ein Auto, das 4,36 Meter lang ist, aber doch sehr viel Innenraum bietet und auch einen ganz tollen Kofferraum vom Volumen. Das Auto ist sehr variabel. Der Wendekreis ist natürlich trotz des Frontantriebs wirklich klein bei der B-Klasse und wie schon gesagt, diese Variabilität durch das umklappende Rücksitzlehnen bietet dann ja eigentlich auch mehr Platz als in jedem vergleichbaren Kombi. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.